Schon zum 20. Mal finden die Beratungen der Arbeiterkammer Niederösterreich zum Thema Steuersparen statt. Die Ergebnisse wurden jetzt auf einer Pressekonferenz in St. Pölten präsentiert. Neu ist seit dem Vorjahr, dass die AK-Mitglieder nicht nur zur Steuersparwochen beraten werden, sondern gemeinsam mit der AK das ganze Jahr darüber drauf schauen können, dass mehr Geld im Börsal bleibt. Im Jahr 2021 hat sich die Arbeit der Arbeiterkammer ausgezahlt. 9,2 Millionen Euro an Steuergeld bekamen die Menschen von der Finanz rückerstattet. Wenn man die Summe jetzt durchrechnet, dann kann man sagen, im Schnitt bedeutet das für jede oder jedem 845 Euro, was wir zurückgeholt haben an zu viel bezahlten Steuern. Und ich möchte einmal betonen, das ist nur ein Mittelwert. Es ist ein Mittelwert. Es gibt Ergebnisse, die weit, weit drüber sind. 2021 wurden mehr als 24.000 Beratungsgespräche zum Thema Steuersparen durchgeführt. Die AK ortet hier aber noch viel Handlungsbedarf. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher lassen jährlich, und das muss natürlich wirklich auf der Zunge zu gehen lassen, Dutzende Millionen Euro beim Finanzamt liegen, beim Finanzminister. Es ist aber eigentlich das Geld, was den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusteht und soll daher auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen. Kritik gab es an der Steuerreform der Bundesregierung. Es beginnt zum Beispiel bei der versprochenen kalten Progression, wo wir wissen, diese wurde auf das Ende, beziehungsweise auf den St. Nimmerleinstag, kann man sagen, verschoben. Im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit wäre es zu erwarten gewesen, dass auch die Bezieherinnen und Bezieher kleinerer Einkommen natürlich mehr entlastet worden wären. Die AK setzt auf ganzjährige Betreuung und gibt den Menschen so mehr Zeit, alle Dokumente zu sichten und zu sammeln. Wichtig ist, die Arbeitnehmerinnenveranlagung geht das ganze Jahr, auch jene, die die Pflichtveranlagung durchzuführen haben, haben bis zum Herbstzeit. Also es ist gut, wenn man jetzt alle Unterlagen einsammelt und dann eben sich einen Beratungstermin ausmacht und wir gemeinsam schauen, dass kein Cent liegen bleibt. Das Wort Steuern bedeutet Lenken. Und am besten lenkt man dann, wenn man alle sicher ans Ziel bringt. Und das sollte ein Grundsatz sein. Und ganz besonders geht es uns natürlich hier um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs, die schon immer, aber gerade jetzt in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie die wahren Leistungsträgerinnen und Leistungsträger Niederösterreichs sind und die unser Land am Laufen halten.